Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenshu Fatal Shadows, ich wollte schon wieder Tenshu 2 sagen. Und ja, beim letzten Mal waren wir ja in diesem ziemlich kleinen Level mit der Rinn. Da waren wir in diesem Wald und da haben wir uns da durch die Gegnermassen durchgekämpft und da haben wir den Weggefährten, glaube ich, von Ayame getroffen. Und wir haben ihm was gegeben, wir haben ihm da so einen Brief gegeben, okay. Jo, würde ich mal sagen, drücke ich mal auf Yes und dann schauen wir uns mal an, wie es hier weitergeht mit der nächsten Cutscene, also viel Spaß. The bell recovered, the path now leads to the pass at Shishiyana. The Benia Ninja was skilled enough to be entrusted with the letter, but there was still room for doubt. Only a fool completely trusts another ninja. There will be time enough to see how foolish she was after arriving. But something seems amiss in the air. The wind carries upon it an ominous weight. The journey ahead would test her own skills as well. Aha, okay. Fremde Gebiete, fremde Länder, Freunde. Sehr interessant. Wir spielen jetzt wieder mit Ayame, nehme ich an. Ja, genau. Mit Ayame. Genau, und ja, wie gesagt, wir sind ja bei dem Wald, haben wir anscheinend wieder Rhin getroffen. Die haben wir ja beim letzten Mal gespielt, sozusagen. Und ja, wir setzen jetzt da weiter an. Ich würde sagen, ich nehme jetzt hier wieder Feuerwerk. Was ist der Köschweiß, Purschen, Tänz, Neville. Ja, Super Shuriken. Explosivpfeil, kann ich mal einen mitnehmen, komm. Warum eigentlich nicht, was soll denn der Geiz hier? Und ja, Freunde, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich würde mal sagen, wir starten aber die Missionen. Fremde Länder. Du musst dich beeilen, um auf den Seite zu kommen. Oh, was ist das denn? Da kommen drei Gegner auf uns zu. Was ist das denn? Dann hat Linger auch eine Single Enemy. Okay, ich muss anscheinend... Oh, es ruckelt, es ruckelt gerade. Äh, hallo, was ist jetzt hier los? Jetzt geht's wieder, okay. Äh, ich soll mich hier nicht von den Gegnern aufhalten lassen, oder was? Was ist das? Hallo? Was ist das für Level? Da kommen aber drei Gegner an. Muss ich jetzt hier... Nein, 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 nein. Muss ich jetzt vor denen weglaufen einfach, oder was ist los? Ich muss mich irgendwie... Oh, oh Gott, ich komm da nicht... Ich komm da nicht durch. Ich muss gegen die kämpfen, ernsthaft? Leute, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Oh, ho, ho, ho. Doch nicht gegen drei Leute. Oh, Leute, nein, das schaffe ich doch nicht. Wie soll ich das denn schaffen? Gegen drei Leute. Oh, Gottes Willen, ey. So, ähm, okay, ich muss am Anfang direkt mal gegen drei Leute kämpfen. Das ist schon mal interessant. So, und dann... Ah, verdammt. So, okay, da sind sie. Ich muss mich heilen. Heil dich. Heil dich. Oh, Gottes Willen. Heil dich, schneller. Boah, das war knapp, Freunde. Boah, das ist so heftig. Am Anfang direkt gegen drei Leute kämpfen. Einer ist weg. Okay, das ist schon mal gut. Und zack hier, weg, warte. So. Oh. So, und... Oh, was ist denn das jetzt hier? Verdammt, die letzte Folge, die hat mich so gehangen. Und... Ja. Nein, es leben immer noch beide. Verdammt, es leben noch beide. Verdammt. Okay. Ah, der ist tot, oder was? Nein, ist er nicht. Okay, und... Direkt hier. Direkt hier drauf. So. So, und... Ah, verdammt. Boah, gegen drei Gegner kämpfen am Anfang. Das ist doch mal mega unfair. Und... Und die sind gerade überrascht. Ja, ich bin schon wieder fast down, ey. Das ist so krass hier. Trink, trink, trink! Boah, Gott sei Dank. Boah, ey. Was ist denn das hier? Oh. Was macht sie denn jetzt? Alter Schmiede, Freunde. Gegen drei Leute. Das ist so krass. Und... Sack. Verdammt. Gegen drei Leute am Anfang. Hä? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Hab ich es verkackt? Oder was? Ich würde anfangen, wenn ich dich wäre. Hm. Ich dachte nicht, das würde funktionieren. So, boah. Jetzt geht's los mit dem Level, Freunde. Ähm. Ah. Das ist ein kurzes Level auf jeden Fall wieder. Okay. Ähm. Ja, wir mussten eben echt gegen drei Gegner kämpfen. Das ist... Oh. Da ist einer auf der rechten Seite irgendwo. So, jetzt kann ich auch hier hin. Ähm. Eben konnte ich hier nicht raus. Das ist das. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade wieder laget. Also eigentlich, äh, hab ich die Einstellung so gemacht, dass das funktioniert. Jetzt. Hm. So. So, da ist ein Gegner da unten. Natürlich hat mich das da wieder einer entdeckt. Verdammte Kacke. So. So, lass den mal hier unten her hinrennen. Ähm. Ich muss gerade mal gucken. Ne, du kommst hier nicht hoch. Der weiß nämlich anscheinend echt, wo ich bin. So. Das ist jetzt heftig schwierig, Freunde. Da sind wieder vier Gegner oder so. So, ähm. Da unten. Moment. Da. Da ist einer. Okay. Gut. Wirklich. Nein. Da ist wieder irgendeiner, der mich da entdeckt. Ja, da hinten die. Da hinten, die, die nervt. Verdammt. Drei Leute da. Ah, Moment. Ich hab ne andere Idee. Oh. Ja. Nein. Ah, verdammt. Scheiße. Oh Gott, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Nein, Freunde. Nein. Nein, 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 nein. Das ist doch blöd. Das muss da echt nicht sein jetzt hier. Ah, verdammt. So. Okay. Gut. Ähm, ja. Boah, warum nickt das denn jetzt wieder? So. Was denn? Wo denn? Ah, Mann. Ja, aber wie will man hier unentdeckt bleiben? Das ist so krass. Hä? Wer denn? Wer sieht mich denn hier wo? Was? Hä? Ich bin gerade überfordert, Leute. Tut mir das doch nicht... Alter, der da unten. Okay. Krass. Der da unten, der sieht mich immer. Der da. Okay. Der mit der Karnevalsmaske. Der mit der Karnevalsmaske. Ja, ja. Ich verstehe schon. Okay. So. Der ist beruhigt. Ist da noch ein Gegner? Da unten sind bestimmt... Da unten lungert bestimmt noch einer rum. Oder was? Oh, die Mucke hier ist cool. So, seht ihr das? Der hat schon wieder da irgendeine Leiche entdeckt. Oh Gott. Okay. Dann rolle ich mich mal da hin. Uh, 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 uh. Schwierig, Leute. Schwierig, schwierig. So. Ähm. Ich habe auch hier keine Items irgendwie. Womit ich die weglocken könnte. Oh, das sind zwei, oder was? Das sind zwei Gegner. Vielleicht kann ich die ja beide auf einmal killen. Es gibt ja diesen Doppelkill hier. Oh Gott. Aber wenn ich nichts sehe, ist das natürlich... Wenn ich nichts sehe, ist das natürlich mega scheiße. So, ähm... Ah, verdammt. Was mache ich denn jetzt hier am besten? Oh Mann, ich habe so Schiss, hier runter zu gehen. Ich habe ge... Ah, nein, Leute. Hört doch auf. Hört doch auf. Geht weg. Oh Mann, verdammt. Verdammt. Ah, Leute, nein. Jetzt geht doch mal weg. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier angehen soll. Das ist ja richtig krass hier. Ich habe keinen Giftreis oder so. Ich habe gar nichts, womit ich Gegner täuschen könnte. Gar nichts. Oh Mann, da habe ich schon wieder einen entdeckt. Alter Schwede, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig, Freunde. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das jetzt am besten? So. Boah. Wie soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Das ist eigentlich... ...unmöglich hier. Weil hier rennen tausend Gegner rum. Und wenn ich den jetzt da versuche zu töten, dann sehen die anderen mich. Oder der dreht sich rum. Ja, genau. Oder der dreht sich rum. Das ist genauso scheiße. Verdammt, ey. Das ist doch unmöglich hier, ey. Das ist doch unmöglich, hier unentdeckt zu bleiben, Freunde. Jetzt mal ehrlich. Was soll denn das? Ach Mann, Leute. Das kann doch nicht... Ey. Jetzt kommt da wieder so ein Einer, der... ...sieht mich da die ganze Zeit. Ja. Verdammt, ey. Das ist so schwierig. Jetzt hör doch mal auf. So. Alter! Tut mir leid für diesen Ausdruck, aber... ...es nervt doch ganz einfach. Der hat mich eben schon so oft entdeckt. Jetzt geh weg! Gummischer Clown da. Oh, Alter! Jetzt kämpfen wir hier gegen die Karnevalsclowns, ey. Die können erahnen, wo ich bin, ja? Das ist so krass, Freunde. Die können erahnen, wo ich bin, die Gegner. So, da. So, jetzt ist aber mal gut, oder? So, jetzt... Und... Ja! Nein, der hat mich getötet! Der... Ernsthaft... Freunde. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl jetzt echt nicht wahr sein, ey. Oh, Fail! Fail! Gut, Freunde. Ich würde mal sagen, wir sehen uns da gleich wieder, ja? An der Stelle. Also, bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich hab den Kampf jetzt nochmal gemacht. Also, ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich bei diesem Kampf jetzt schon gestorben bin, ey. Ist echt nicht mehr feierlich. Aber dieser... Oh! Dieser Kampf, der ist echt schwer gewesen, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Und die Szene hier auch. Alter! Nein, Leute. Hört doch auf! Geh doch weg, Mann! Hau doch ab, ey! Jetzt mal wirklich. Wie soll man das denn machen, hier ohne entdeckt zu werden? Jetzt mal ehrlich, das ist doch unmöglich. Das ist unmöglich, hier ohne unentdeckt zu werden. Das ist unmöglich hier. Ah, verdammt. Verdammte Kacke, ey. So, ich muss mich hier gerade mal konzentrieren, damit ich den Gegner hier kriege. So, dann mach ich ihn jetzt halt so fertig. So, wo ist er denn? Da! Ah! Verdammt. So, egal. Komm. Der kommt jetzt gleich hier runter. Gesprung! Genau, da ist er. So, dann. Wo ist er denn? Da! Oh Mann, Alter! Schwede, ey. So, jetzt aber weg mit dem. So, dann ist der eine zumindest schon mal weg hier. Hier liegen noch die Leichen von dem Kampf vorhin. Gut, dann nehmen wir den Heiltrank hier. So, ähm, ja, wie gesagt, also ich hab... Was ist denn da oben für ein Licht? Ist das ein Flugzeug? Im alten Jagdpark? Ein Flugzeug? Ernsthaft? Naja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie ein Logikfehler oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall frage ich mich immer noch, wie ich das hier machen soll. So viele Leute hier. Unentdeckt bleiben. Wie soll das gehen, Freunde? Wie soll das gehen hier? Wow. Krasse Schwierigkeit hier. Richtig krasse Schwierigkeit, Leute. Das ist so heftig. Aber hier vorne, da ist einer. Ich glaub, den können wir einigermaßen... Wenn da nicht die anderen da noch wären, ne? Das, das ist das. Die anderen da. Das ist das Blöde. Der eine hier vorne, den kann ich so gut, ähm, wegmeucheln. Aber wenn da die anderen nicht wären... Äh, was? Was? Wer hat da was irgendwie wo entdeckt? Keine Ahnung. Äh. Da unten liegt ein Item auf jeden Fall. Uh, okay. So. Die Frau, die nervt. Moment mal. Ich hab ne andere Idee. Erst die Gegner oben, dann die Gegner unten, oder? Äh, wo ist der? Wo ist der jetzt? Wo ist der? Ich hab den, ich hab den doch gerade gesehen. Ah, hier rechts. Okay, kann ich jetzt hier rechts runtergehen und den dann... Und dann direkt... Jawohl, Freund, das hat geklappt. Oh, sehr geil. Okay, mach direkt... Mach direkt abbrechen und weg hier. Hau ab. Eier, da ist nämlich direkt noch einer. Seht ihr das? Da war das gelbe Ausrufezeichen wieder. Meine Güte, ey. Ich lass die Schriftrolle jetzt erstmal da liegen. Äh. Seht ihr? Irgendeiner hat wieder Alarm geschlagen. Da. Wenn ich jetzt nämlich da geblieben, dann, äh, hätte er mich entdeckt. Das ist halt das. So. Da ist jetzt der andere. Ich trau mich einfach mal, was? Und? Jawohl! Das hat doch sehr gut geklappt. Uh, lauf. Lauf. Lauf einfach. Ah, nein. Verdammt, ich bin ins Feuer gesprungen. Ich Idiot, ey. So. Jetzt komm. Hau ab. Hau los ab, Eier. Hau ab einfach. Hau einfach ab. So. Aber ich hab zwei Leute immerhin schon mal gestelft. Und das ist doch schon mal ganz gut, oder? Das ist doch schon mal ganz gut eigentlich. Oh, wer denn? Oh, wer sieht mich denn da? Also irgendeiner hat mich da wieder gesehen. Ja, das Spiel hier ist schon echt nicht ohne. Ja, das ist schon wirklich der da unten. Der da unten, der will unbedingt einen aufs Maul. Das ist ja, ja. Das ist so krass, Freunde. So. Ach ja. All dieser Stress an dem Samstagabend, das muss ja nicht sein, Freunde. Und da. Ähm. So. Kann er sich mal beruhigen da? Ich warte jetzt einfach ab, bis der sich beruhigt. So. Irgendwie wieder diese komischen Lecks hier. Keine Ahnung warum. Ähm. Ja. So. Der hat sich jetzt beruhigt. Okay, gut. Dann kann ich den gleich töten da. Spring einfach runter. Und spring nochmal am besten. Und. Und kill ihn. Sehr schön. Da ist direkt noch einer. 64. Schnell weg. Ah. Ne, das geht schon. Okay. Alles klar. Die Schriftrollen sind weg, aber das ist mir im Moment egal. Äh. Ich will die einfach nur töten hier. Die Leute. So. Da ist die Frau. Okay. Aber hübsch sieht sie aus. Auf jeden Fall. Ich mag ja Asiaten, ne? Meine Frau ist ja auch asiatisch. So. Und. Und. Jawoll. So. Den Kill können wir uns jetzt mal angucken. Zack. Gekreuste Schwerter. So. Alles klar, Freunde. So. Dann nehmen wir hier mal die Schriftrollen. Drei Stück. Und da gucke ich mal bei den anderen Leichen, ob die noch ihre Schriftrollen hier irgendwo haben. Aber ich bezweifle es. Ne, ne. Die sind weg. Okay. Ah, der hat zwei genommen. Okay. Alles klar, ich verstehe. Wow. Die hatten beide drei Schriftrollen. Achso. Achso. Da rechts. Da rechts irgendwo. Oh Gott. Ich habe gerade ziemliche Angst wieder. Neue hier. Neue hier. Ja, der weiß auch, dass ich hier bin, aber du siehst mich nicht, Junge. Du bist da unten in der Höhle wahrscheinlich, ne? Ach, das wäre gut, wenn ich jetzt mal wieder eine bessere Statistik kriegen würde, weil dann würde ich wieder bessere Items bekommen. Das ist ja das bei dem Spiel hier. Das ist ja das bei dem Spiel hier. Das ist ja... Oh, das war jetzt dumm, dass ich da hochgegangen bin. Verdammt. Das hätte ich nicht machen sollen. Das hätte ich nicht machen sollen. Shit. Das war ein Fehler von mir. Komm her. Was? Wo denn? Wo kommt der denn her? Was ist das denn für einer? Hä? Okay. Ja gut, dann. Hau da ab. Meine Güte. Ja, natürlich. Bitte was? Die können mich treten? Was ist das denn? Okay. Was ist das denn? Das ist ja heftig. Das ist ja echt krass jetzt. Der hat mich runtergetreten. Was für ein Penner. Einfach mal so eiskalt runtergetreten. Ah, Junge. Nee. Komm, hau ab. Ich brauch dich nicht. Büsste sich mal wieder beruhigen hier, Freunde, würde ich mal sagen. Trinke ich mal einen Schluck hier. Apollinaris. So, ja. Wie geht's euch so? Also, mir geht's sehr gut. Es ist Wochenende. Es ist Samstagabend. Ähm, ja. Hab mich gerade eben beim Japaner voll gefressen. Die Leute, die mich auf Twitter verfolgen haben, wissen, was ich gegessen hab. Und, ähm, ja. Freunde. Wie gesagt. Jetzt töten wir mal gleich hier diesen... diesen Blödmann. Wo ist denn der? Da unten ist der. Okay. Der ist hier unten. Wow. Wie soll ich das denn jetzt machen? So, da... Da hab ich schon wieder... Und... Töt ihn. Sehr schön. Da ist noch einer irgendwo. Oh, das war ein Leckkill. Hä, hä. Ähm, da ist noch einer irgendwo. Da ist noch einer irgendwo. Oh. Da oben. Okay, ich hab's gesehen. Ich hab's... Ich hab ihn gesehen. Da. Der ist unten. Der läuft weg. Aha. Der springt hier runter. Okay. Krass. Hä? Bevor der sich da rumdreht. Aber die Musik ist aber chinesisch. Die ist nicht japanisch. Die ist chinesisch, die Musik. Mit diesem Instrument da. Mit diesem... Das ist, glaub ich, ein Chinesen-Instrument, oder? So, wenn der gleich eine Leiche entdeckt, dann roll ich mich direkt hier runter. Das ist mein Plan hier. Mal gucken, was der da macht. So, und... Und... Jawoll! So, sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Den haben wir nochmal gekillt. Hat aber keine Schriftrollen. Und ich guck mal gerade, ob der andere eine Schriftrolle hatte. Wo ist denn der? Hier der? Oder was? Nee, welcher war denn das? Ich glaube, der war hier auf der anderen Seite. Der war hier. Hier unten. Oder? Nee, keine Ahnung. Ja, das ist ein sehr schnelles Spiel, Freunde. Es kann sein, dass ihr da ein bisschen verwirrt werdet. Ich versuch's so gering in Grenzen... So gering wie möglich zu halten, die Verwirrung. Und ja, jetzt war doch hier noch... Ah, der Hund, okay? Da ist ein Hund, Freunde. Ich probier das gleich mal, ob das reicht hier, wenn ich ein Shuriken draufschmeiße. Weil im ersten Tenchu-Teil... Ah, im ersten Tenchu-Teil hat das gereicht, wenn ich... ...den Hund da unten... ...mit einem Shuriken getütet habe. Dann ist er direkt gestorben. So, dann warte ich erst mal, bis der sich wieder beruhigt. Das dauert ein bisschen länger. Und ja... So. Ja, beruhig dich. Ist okay. So, dann würde ich mal sagen... ...hoffe ich mal, dass das trifft. Es trifft natürlich wieder nicht. Ich weiß nicht, warum das nie trifft. Keine Ahnung. Verdammt. Es trifft nie, das Shuriken. Ich weiß nicht, warum. Genau wie das Blasrohr. Das ist irgendwie... ...irgendwie schwierig zu timen hier. Aber die kann ich mir wiederholen. Die sind ja nicht weg. Vor allem die Hunde, wenn die laufen. Das hört sich genauso an, wie als wenn ein Mensch läuft. Das ist so krass. So, und... Und, mach den kaputt! Ja, so. Sehr schön. Der Hund ist weg hier. Armes Tierchen. Wobei, das sieht nicht nach einem Hund aus, oder? Ist das... Das ist dir im Leben ein Hund, Freunde. Schaut euch das mal an. Der Hund, der hat... ...irgendwas in der Fresse. Okay, keine Ahnung. Dann guck ich... Da sind meine... Da ist mein Shuriken. Da sind sogar meine beiden Shuriken. Okay, wo bin ich denn jetzt? Alles klar. Ich hab's gleich geschafft schon. Ah, ja, okay. Hier hab ich alles. Gut. Dann würde ich mal sagen... Ja, geh mal hier hoch. So, von... Ja, wie gesagt, das Level war wieder nicht so erfolgreich, aber dafür war das Letzte. Ganz gut. Ah, da bin ich schon. Okay, alles klar. Cutscene, Freunde. Wow. Oh, du bist egal. Wo ist Mimizuku? Mimizuku ist er. Er hat er... Er hat ergewacht. Ich wollte es sehen, wie er... er war. Oh, gut. Aber... Thanks for your troubles. Didn't mean to get you involved. Consider the debt repaid. She's so focused. Sure of herself. Like Kichigoro. You're so alike. Huh? Who is... Nothing. Just mumbling is all. Sieht wieder nicht so gut aus, wie die da sitzt. Und... Ja, doof. Schade, Freunde. Aber es wird... Es wird aber Schritt für Schritt wieder besser. Stairs kills... Double kills, die zählen nochmal extra. Ich verstehe. Okay, ich habe aber alle getötet. Aber das war doch schwer, Freunde, oder? Müsst ihr doch mal zugeben, da... Diese eine Stelle, wo wirklich alle Gegner auf einem Fleck waren, das war doch wirklich schwer. Müsst ihr doch mal zugeben, oder? Gut. Machen wir mal next. Keine Ahnung. Es gibt leider keine Sonder-Items dafür. Das ist schade. Auch keine Fähigkeit. Okay. Gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen... Ja, wir haben Rin wieder getroffen. Sie hat irgendwas gesagt, dass wir irgendeinem ähnlich sehen. Ich weiß gerade, ich habe die Story noch nicht so ganz verstanden. Aber jo, Freunde. Ich glaube, das kommt so nach und nach. Ja, würde ich mal sagen. Da haben wir das Level geschafft. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Folgt mir auf Twitter oder Facebook oder was auch immer. Und ja, würde ich mal sagen, schneide ich das jetzt zusammen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Musik